Der deutsche Entwickler Keen Game bringt mit Entschrouded ein neues Survival-Game auf den Markt. Robert und ich haben es angespielt und sagen euch, ob sich Valheim warm anziehen muss. Ja, Robert, Entschrouded. Entschrouded. Warum reden wir über Entschrouded? Das Spiel ist ja eigentlich nur Early Access und auch nur für PC. Ja, aber wenn wir jetzt Palworld zum Beispiel nehmen, ist ja auch nur Early Access und geht krass durch die Decke. Und Entschrouded hat jetzt seinen Early Access Release und da hofft man natürlich, dass es genauso durch die Decke geht. Ich meine, wir haben natürlich wieder ein klassisches Survival-Game, aber eben mal wieder was aus Deutschland. Und ja, die Prämisse dahinter klingt eigentlich so ganz spannend, weil du hast halt einen viel größeren Fantasy-Einschlag a la Skyrim schon fast, damit würde ich es fast mit vergleichen. Aber du hast auch Terraforming, wie zum Beispiel in Minecraft mit dabei. Und das ist halt so alles so ein Mix und das ergibt dann Entschrouded am Ende des Tages. Genau, gehen wir einmal ganz, ganz, ganz kurz auf den Entwickler ein. Ja. Keen Games? Ja. Who the fuck is Keen Games? Das musst du wissen. Das muss ich wissen. Das musst du wissen. Du weißt doch alles, Jan. Du bist doch, das war eine Ende Gaming-League-League. Ich bin zum einen vorbereitet und zum anderen hab ich aber auch den ... Das war jetzt unintended. Sorry, das kam selbst. Nein. Wow. Das war kurz unintended shots fired. Aber nee, zum anderen war ich auch in diversen Anspiel-Sessions und Präsentationen, wo unter anderem der Geschäftsführer von Keen Games das Ding selber vorgestellt hat. Und King Games ist in erster Linie bekannt für Portal Knights. Ah ja, das hat ja auch den Deutschen Computerspielpreis gewonnen. Genau. Siehst du das? Ha, ich weiß auch was. Und weißt du, warum King Games sehr beliebt ist unter anderem? Portal Knights? Das ist richtig. Und tatsächlich, weil sie oft die Community hören, also viel hören, nicht nur. Aber wenn die Community sagt, hey, das passt hier nicht, dann gucken sie, dass sie das irgendwie ändern können. Das ist ja eigentlich ganz gut. Also sowas wünscht man sich ja auch eigentlich von einer Interaktion mit einer Community. Ich meine, bestes Beispiel, was es jetzt letztens auch gezeigt hat mit Early Access, das ist Baldur's Gate, war auch zu wehrem Early Access einfach krasser Erfolg geworden, weil halt eben auf die Spielerinnen und Spieler gehört worden. Genau, es hilft. Sie haben auch Sacred 3 gemacht, aber über Sacred ... Ach nee, über Sacred 3 reden nicht. Lass mal nicht machen. Genau, und jetzt kommt ihr neuestes Spiel raus. Und ja, Entschrouded hat große Fußstapfen, denn auf den allerersten Blick, weil es auch grafisch ein bisschen eingedampft ist, erinnert es natürlich frappierend an Valheim. Und Valheim ist ja nun eine auch sehr große Erfolgsgeschichte geworden. Definitiv. Auch noch im Early Access. Auch noch im Early Access, ja. Ist auch nämlich komplett final veröffentlicht. Äh, Valheim hatte ich tatsächlich angefangen zu spielen, als es in den Game Pass gekommen ist. Fand ich auch am Anfang ganz nett. Ich muss aber jetzt schon sagen, ich finde, Entschrouded spielt sich etwas runder und weniger buggy als Valheim. Genau. Und warum? Warum? Warum spielst du es? Ähm, also zum einen, man hat eine wunderschöne Intro-Sequenz, die gezeichnet ist und so ein bisschen in die Story einleitet. Also das hat eben ein großer Nebel über das Land gelegt wurde und ein Shroud, also halt eben ein Vorhang, möchte man so sagen. Äh, und die Welt ist quasi so ein bisschen in einigen Teilen verdammt und man versucht halt eben, diese Welt wieder zu retten, zusammenzuführen. Man ist quasi auserwählt, man erwacht aus einer Vase. Und, äh, ja, dann beginnt man so langsam, schaut sich so in dieser Welt um. Du hast halt zwischenzeitlich immer diesen Nebel, das Miasma nennt sich das auch. Genau. Da kannst du auch nur eine bestimmte Zeit überleben. Am Anfang sind das, glaube ich, fünf Minuten. Und dann kannst du es halt irgendwann steigern. Du musst nämlich, das ist nämlich ganz wichtig, bauen. So. Und, äh, du baust halt erst diesen Feueraltar und wenn du den aufrüstest, desto länger hältst du diesen Miasma aus. Du kannst natürlich auch Tränke nehmen und sowas. Das ist natürlich auch alles mit dabei. Und du bist dazu auch so ein bisschen gezwungen, Leute dann in deine Bauten mit reinzuholen, in dein Dorf mit reinzuholen. Das geht los mit einem Schmied. Da kommt eine Jägerin, da kommt ein Alchemist. Und diese Klassen sind auch alle nicht zufällig gewählt. Weil du hast halt auch, nach diesen Klassen kannst du dich auch ausrichten. Und da kommt, finde ich, dieser Skyrim-Bezug so mit rein. Du hast einen sehr großen Skilltree, der halt auch in verschiedene Punkte ist. Also du kannst natürlich Magie wirken. Du kannst natürlich normal kämpfen. Und wenn du jetzt zum Beispiel Magie wirkst, kannst du halt eben auf Heiler gehen. Du kannst auf Zauberer oder auf Kampfmagier gehen. Also du kannst dich da mit diesen Punkten auch noch so ein bisschen verteilen. Und da, das ist halt auch so ein bisschen, was in diesen Trailern auch so rüberkam, ist diese Offenheit, wie gesagt, wie so ein Skyrim, dich halt dann einfach so kämpferisch zum Beispiel entwickeln. Weil kämpfen ist ja auch ein wichtiges Ding. Das haben wir auch zusammen gemacht. Genau, kämpfen ist ein Riesending, weil diese ganze Welt nicht nur im Miasma ist gefährlich, sondern auch außerhalb. Also halt generell, es gibt natürlich ... Höse Wölfe. Es gibt Standardgegnerwölfe. Es gibt bestimmt auch Wildschweine, die einen ... Das ist nicht so Gothic-mäßig, aber Wildschweine ... Nee, Wildschweine hatte ich jetzt nicht. Das haben wir vielleicht noch nicht gesehen. Das kann sein, ja. Aber generell sehr viele Gegner, die natürlich auch alle verschiedene Drops haben, die man also für Survival braucht, weil man sich neue Sachen schmieden kann und all solche Sachen. Es gibt aber auch teilweise so richtige Bosse, auch mit Namen. Es gibt nicht bossähnliche Kämpfe, wo einfach Gegnerhorden immer wieder kommen und einen angreifen. Und das Kämpfe mir persönlich hat Spaß gemacht. Das war ein bisschen clonky teilweise. Ja. So, also manchmal hat man gefühlt einfach gedacht, ich schlag doch gerade richtig. Aber man hat sonst wo daneben gejietet. Und ... Ja, also die Kollisionsabfrage ist auch noch nicht so ganz fit. Ich finde cool, dass das Parry schon funktioniert. Also das Kontern, wenn du halt punktgenau schlägst, kannst du halt eben einen Konter ausfüllen und den Gegner dadurch mehr schaden oder ihn halt eben kurz bewegungsunfähig machen. Und die Gegner haben zum Beispiel auch eine Ausdauerleiste, wenn du die halt runtergehauen hast, weil die blocken die ganze Zeit, dann sind die auch kurz bewusstlos und kannst dann halt nochmal doller drauf einhacken. Wenn du von hinten anreifst, machst du auch nochmal mehr Schaden. Also ich muss sagen, das Kampfsystem fühlt sich insgesamt schlüssig an. Und wir haben ja auch, das ist gar nicht lange her, Return to Moria gespielt, was ja auch viel mit Kämpfen zu tun hat. Ich muss aber sagen, das Kampfsystem bei Entschrouded fand ich zugänglicher und besser. Ja, ich auch. Und die Magie ist noch ein bisschen stark. Du hast ja mit Magie gespielt, du hast die Gegner alle da weggeknuspert, nicht so schön mit Schild und Schwert. Und du hast da raufgeballert. Einfach raufgeholzt die ganze Zeit. Da muss man auch sagen, das Balancing generell ist noch ein bisschen off. Ja, es ist noch Early Access. Ja, natürlich, natürlich. Also das war auch jetzt keine Kritik im Sinne von unspielbar, pack das bloß weg. Aber wir haben ja auch teilweise echt auf den Sack gekriegt. Also bei den Gegnern muss man aufpassen, weil die hauen zu wie Trucks. Es gibt auch Gebiete, die einfach zu hoch für einen sind, wo man halt merkt, okay, die Gegner sind nicht für mich hier gedacht. Das haut mich ein bisschen aus den Socken. Und was das Spiel auch, ich gehe mal ein bisschen weiter vom Kampf rüber, was das Spiel auch sehr anders macht als Valheim zum Beispiel, ist einfach die Fortbewegung, die Möglichkeit der Fortbewegung, weil das Reich Ambervale ist im Gegensatz zu Valheim zum Beispiel sehr vertikal. Das stimmt. Du hast sehr viele Höhen und Tiefen. Türme, Schluchten, alles mit dabei. Alles und teilweise auch wirklich keine Kleintürmchen. Nee, nee, das ist schon, da brauchst du einen Aufzug für auf jeden Fall. Genau, und du kannst da aber, du musst da nicht immer Aufzug fahren, sondern du bekommst natürlich auch den glorreichen Gleitschirm, den du dir selber bauen musst. Ja gut, damit kannst du nur runter und nicht hoch gleiten. Nee, nee, genau, aber das Runterspringen, es gibt ja alle die Möglichkeit, weite Strecken zu überwinden und auch das Miasma teilweise zu umgehen. Ich fand's sehr witzig, damit zu fliegen, weil sehr Stunt-mäßig. Ja, man muss sich halt so ein bisschen reingewöhnen, weil du hast halt verschiedene Stufen, da wo du deinen Kopf neigst. Das ist jetzt nicht so wie ein Just Cause 3, wo du mit so einem Wingsuit fliegst. Also das erinnert so ein bisschen dran, aber dieser Gleitschirm geht dann doch eher so steil nach unten oder wie so dieser Gleitschirm aus Tears of the Kingdom, also Zelda irgendwie. Weil damit kann man's auch so ein bisschen vergleichen, auch mit der Ausdauerleiste, die du halt eben hast, dass du halt nur bestimmte Aktionen, also für bestimmte Aktionen Ausdauer hast, dich an diesem Gleitschirm festhalten, ist eine davon. Und es gibt auch einige Punkte, wo du dich mit dem Enterhaken hochziehen kannst. Die sind aber limitiert. Das ist jetzt nichts Freies, das fand ich auch so ein bisschen, na ja, also wirklich frei bewegen. Du musst halt doch schon so ein bisschen gucken. Natürlich. Wie du auch an bestimmte Punkte rankommst, dann bestimmte Höhen, als ich jetzt die Jägerin gesucht hab, musste ich um so einen riesigen Berg erstmal rumlaufen, bevor ich irgendwie hoch konnte. Man läuft also auch sehr, sehr viel in dem Spiel. Ja, aber ich muss auch sagen, ich fand's sehr rewarding. Absolut. Du hast immer wieder so Spots, die dir ins Auge fallen als Spieler, wo du sagst, hm, da geh ich mal gucken. Und ich hasse ja nichts mehr, als wenn ich zu solchen Orten gehe, wo ich sag, boah, das ist ja so ein Point of Interest so ein bisschen. Und da hast du nix. Ja, na die Sache ist ja auch, du findest halt eh immer was, weil es ist ja ein Survival-Game. Das heißt, du musst halt auch immer Sachen zusammensuchen, weil du willst ja auch schließlich dann noch dein Dorf aufbauen. Das heißt, egal in welche Richtung du dich bewegst, du gehst immer mit Ressourcen nach Hause. Ja. Und da können wir gerne auch jetzt langsam rüberschwenken. Genau. So auch, wenn wir den Kampf abschließen wollen und sowas alles, weil du musst natürlich auch, um dich zu kämpfen, musst du natürlich Waffen craften. Und da musst du natürlich dann halt eben Sachen sammeln und alles selber bauen. Und es gibt, wie gesagt, natürlich für diese verschiedenen Klassen gibt es auch verschiedene Rüstungssets. Die Jägerin hat zum Beispiel auch ein etwas leichteres Rüstungsset und eher auch so auf Fall und Bogen ausgelegt. Und klar, und damit die in deinem Dorf auch bleiben, musst du denen natürlich auch eine Hütte bauen. Und so baust du halt so langsam dein Dorf auf und es wird immer größer. Wenn du die Feuerstelle erweitern, erweitern sich auch die Grenzen von deinem Dorf, was auch ganz nett ist. Und so kommen halt immer mehr Leute in dein Dorf. So wird es immer mehr bevölkert. Und das fand ich eigentlich eine nette, so eine nette Mechanik, die da so mit dabei ist. Und das Bauen fand ich super einfach. Das Bauen fand ich echt gut. Manchmal ist es ein bisschen hakelig gewesen. Wir haben es ja am PC gespielt, weil es gibt es ja erst mal nur auf Steam. Genau. Und du kannst halt einschalten, dass die Punkte so fixiert sind, dass sich die Bauteile so ein bisschen ransetzen und du hast halt ruckzuck ein Haus aufgebaut. Genau. Du musst nur vorher Holz zusammenbauen, zusammen umbauen. Fasern. Ja, Fasern. Was ich da zum Beispiel nicht so ganz intuitiv fand, du kannst einige Sachen, musst du an der Werkbank bauen. Einige kannst du selber craften, aber manches ist halt nicht so ganz schlüssig. Also du kannst zum Beispiel irgendwie, ich glaube, bestimmte, ich glaube, eine Tür kannst du selber craften, aber wenn du die Blöcke bauen willst fürs Holz, musst du das an der Werkbank machen. Und ich habe mir so gedacht, warum mache ich nicht die Tür auch? Oder die Tür ist dann halt ein besonderes Itemobjekt und die Holzblöcke sind allgemein so, die machst du dann über das Baumenü. Genau. So war das. Du machst das komplette Gerüst fürs Haus, machst du es über Baumenü. Die Tür musst du aber extra craften. Die Tür ist dann quasi ein Item, was du einsetzt. So, das ist so ein bisschen, ich finde, da hakt es noch und da hätten sie noch irgendwie, also zumindest die Türen können mit ins Baumenü. Generell das Bauen, sage ich jetzt mal, das Dorfbuilding ist, ich sage einfach mal ganz frech, same old, same old. Ja, natürlich. Also man kennt es halt so in der Form. Was Entschrouded aber anders macht, als die Konkurrenz im eigenen Umland so, ist das Terraforming. Weil du kannst gefühlt die ganze Welt einfach kaputt machen, in die Luft jagen, wie du lustig bist. Wir hatten das teilweise, wo wir in Lagern waren und dann war da irgendwie so Wände oder so. Ja, du kannst auch so rumgehen und da sind auch Gegner. Aber da lagen auch Fässer. Und da ein kleiner gezielter ... Rote Fässer. Rote Fässer, weil rot ist die Farbe der Liebe. Aha. Und ein kleiner gezielter Pfeil machte baboom und dann war Wand weg. Ja, direkt am Anfang wird ja auch schon gesagt, da kommst du zu so einem Regal, wo Bomben drauf sind. Hey, du kannst dich überall durchsprengen. Und das ist halt, das gilt halt auch für Rätselräume, weil es gibt einige kleinere Rätsel hauptsächlich. Also wir haben jetzt erst mal am Anfang nur so Schalterrätsel. Das war alles sehr, sehr rudimentär. Ich sage mal so, auf ein bisschen weniger als Skyrim-Niveau. Man musste jetzt nicht so viel nachdenken. Es waren keine so harten Kopfnüsse. Ich habe mich dann eher manchmal verlaufen. Aber du kannst auch einfach durch die Wände durchhacken, durchspringen, wenn du es möchtest. So, das ist halt ein total cooler Ansatz. Wenn du halt keinen Bock auf Rätseln hast, dann rätselst du es nicht, sondern bumm, bumm, bumm drauf. Das ist ... Das fand ich wirklich ganz cool. Und das macht das Entschraudet noch so ein bisschen einzigartiger. So, wir reden die ganze Zeit von wir haben gemacht und wir zusammen. Wir haben zusammen gemacht, ja. Ähm, das wir bedeutet eigentlich nur, es gibt ein Koop mit bis so, glaube ich, 16 Spielern, die zusammen unterwegs sein können. Ähm, gerade zusammen macht es auch, finde ich persönlich, deutlich mehr Spaß. Ja. Aber das ist bei vielen Spielen ja so, wo das dann so ist. Ähm, allerdings würde ich da auch direkt mal so eine Technik mit rüberschwenken, so ein bisschen das Scheinwerferlicht. Genau, weil wir können auch gleich da ein Problem mit aufgreifen, weil es gibt halt Host-Progress. Das heißt, wenn ich bei dir ins Spiel einsteige und was in deiner Welt baue, dann ist das nur in deiner Welt. Was ich allerdings mitnehme, ist mein Level und die Items, die ich da halt habe in meinem Rucksack. Genau. Die kann ich mit in meine Welt nehmen. Im Rest nicht. Also, wenn ich was bei dir baue, dann ist das in deiner Welt und da kann ich dann auch nicht wieder reinkommen. Ja, finde ich persönlich nicht so schlimm. Also, bei solchen Spielen, ich verstehe es halt auch, warum es so ist, weil das ist auch ein lokaler Speicher in dem Moment. Ähm, was ich schlimmer fand, also die Graf ... Die Grafik fand ich jetzt nicht schlimm, aber ... Nö, ist ausbaufähig. Ich find sie schön, ich mag den Look, ich mag auch diese Voxel-Optik. Ich bin da ja großer Fan von. Die Lichteffekte sind sehr, sehr geil. Sind echt gut in Szene gesetzt. Ja, auch dieser Nebel mit diesem Jasper, das ist alles schon ganz nett gemacht. Das ist stimmig. Also, auch generell alles in dieser Welt. Also, ich mag auch die Rüstungen. Ich mag das Gegner-Design, auch wenn es bisher eher ein bisschen ... Ja, du hast halt irgendwelche komischen Kristallmonster, oder denen sind wir ja hauptsächlich begegnet. Genau, die Bosse waren cool. Die Bosse waren cool, ja. Also, das ist optisch alles rund. Beim Sound wüsste ich jetzt auch grad nix zum Meckern. Allerdings hatten wir, ich weiß nicht, wie's bei dir, haben jetzt sowas noch weitergespielt ohne mich eine Zeit lang. Wir beide zusammen hatten Game-Breaking-Bug erst mal. Also, als zumindest ein, der ist, der Name ist Programm, das Spiel war gebrochen. Es ist bei mir dreimal abgestürzt an derselben Stelle. Es wurde kein Progress gespeichert und du bist natürlich immer wieder rausgeflogen. Genau, ich bin wieder, du hast auf einmal weg oder bist in eine Richtung stillgerannt. Also, dein Charakter ist in eine Richtung und du warst gar nicht mehr mit mir verbunden. Genau, das hatten wir, also zwei, drei Abstürze, so richtige. Und einmal hatten wir dieses lustige Ereignis im Miasma, als du plötzlich weg warst und dann war ich weg und dann war plötzlich Verbindung vom Server weg. Genau. Wir wussten aber nicht so, was ist jetzt passiert. Ich hatte auch, ja, so mal einen Serverfehler, wo ich quasi keine Items mehr aufnehmen konnte. Ich bin auch rumgelaufen, ich hab halt auf Gegner eingehackt, die haben sich nicht bewegt. Man kennt's, wenn man irgendwie mal so ein Multiplayer-Spiel gespielt hat und halt wirklich so einen heftigen Lack hat, dass halt gerade nix ist und dass der Server quasi an einer Stelle steht. Und so was gab's halt bisher auch. Aber das würde ich auch alles irgendwie auf den Early Access schieben. Ja, ja. Und sagen, hey, das sind Dinge, die kann man schnell, wahrscheinlich relativ schnell angehen. Sie haben auch eine Roadmap, sie haben viele Dinge noch vor. Wir wissen aus Spielerfahrung, nicht unserer, dass die Welt auch noch nicht komplett fertig ist. Also, die Map kann man sich halt angucken. Die ist riesig. Die ist wirklich riesig. Also, sehr, sehr viel unterschiedlichen Kram, die man sich da anschauen kann. Und, wie gesagt, auch nett gestaltet einfach. Genau. Aber sie ist noch nicht komplett ... Also, man kann noch nicht alles erkunden. Aber auch dafür ist noch halt Early Access. Und genau, also, ich weiß nicht, wollen wir uns ein Fazit sparen? Lass's. Weil das sind einfach ... Würdest du ein Fazit machen? Ich würd sagen, nö. Weil wir haben ja ... Wir haben auch den Leuten ... Eigentlich schon. Also, ich glaube, die Leute, die halt Bock auf Survival haben und ein bisschen mehr Fantasy-Survival und vielleicht keinen Bock mehr auf Wahlheim haben und ein bisschen was Neues haben wollen, die können auf jeden Fall reinschauen. Wie viel kostet's denn überhaupt? Das ist die gute Frage. Ich kann euch sagen, dass es nämlich am 24. rauskommt. Genau, am 24. Januar kommt's erst mal nur auf Steam in den Early Access. Das heißt, das ist halt diese Vorabversion. Aber die Preise, die hab ich mir natürlich ... Ich hab das Spiel ja leider bei ... Ich glaub, 25 bis 30 Euro in dem Dreh. Ich würd's jetzt einfach mal annehmen. Ich guck grad simultan. Ich würd's mal auf der Steam-Page schauen. Ja, das wird mir ja nicht angezeigt, wenn ich da eingeloggt bin. Haha, der wird noch keine Preise angezeigt. Tja, also generell ... Oder? Also, bei mir nicht. Ich hab das Spiel, ja. Aber wenn du nicht eingeloggt bist. Ich bin aber eingeloggt. Kann sein, dass es noch nicht freigeschaltet ist. Weil wir nehmen das ja auf, bevor es rauskommt. Weil wir ja schon den Key vorab bekommen haben. Die sind sehr wichtig. Ich würd aber jetzt schätzen nicht mehr als 30 Euro, oder? 30, 40 Euro maximal. Aber dafür kann man auch eine ganze Menge machen. Dafür gibt's schon ein ziemlich großes Paket. Und ja, der Fähigkeitenbaum ist halt auch riesig, den man sich da irgendwie erarbeitet schon. Also, man kann sich da schon ganz gut auslassen und sehr, sehr viele Spielstunden bereits in dieses Spiel packen. Und es wird ja hoffentlich weiterentwickelt und hoffentlich auch immer besser. Dafür geh ich ganz stark aus. Ja, äh, Robert, danke dir. Ich danke dir auch, Herr. Sehr gerne. Äh, wie ist es mit euch? Interessiert euch solche Spiele wie Valheim? Habt ihr Bock auf Entschrouded? Habt ihr's bereits vorbestellt? Keine Ahnung, geht das beim Early Access? Oder sagt ihr einfach so, hey, wir sind direkt dabei? Oder sagt ihr eher, nee, ich bin kein Fan? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Noch einmal wiederholen, wie ist es bei euch? Einfach, einfach mal. Was? Kannst du mal den letzten Part, die Ansprache, die Kommentare wiederholen? Ungerne. Ähm, wie ist es bei euch? Seid ihr Fans von solchen Spielen? Mögt ihr Valheim? Habt ihr Bock auf Entschrouded? Oder sagt ihr einfach, nee, das ist nicht so mein Genre, nicht wirklich Lust? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Lasst auch gerne ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.